Es sieht aus, dass ich meine Medallion wieder benutzen muss. Und wurde in ein Grab aus Kristall gebannt. Doch im letzten Moment schaffte sie es noch, Merlin in eine Eiche zu verwandeln. Oh, also ist Merlin der Baum. Gut, da wir jetzt das haben, können wir dann unsere Zeit reisen, hier hin. Und können wir uns wahrscheinlich schon... Du hast es zu einfach. Für dich keine Familieninformation mehr. Es ist verurteilt. So, dann können wir ja hier die schon einsetzen. Dann ist aber ein bisschen weniger. Was ist denn hier jetzt noch? Naja, aber hier sollen zwei Sachen sein. Oh, hups. Da habe ich aus dem Spiel raus geklickt. Ne, das können wir ja nicht machen. Was soll denn hier sein? Ach so, okay, das Einsetzen war einfach das eine. Okay, gut. So, hier haben wir nix, hier haben wir nix. Was haben wir denn? Ach so, da sind wir ja gerade. Stimmt ja. So, hier ist da irgendwas. Jetzt ist der Globus kaputt. Der Globus ist kaputt. Oh, komm, da kriegen wir eine andere Figur, ja. Auf in die Zeit. Zack, rein da. Und einsetzen. Wir kriegen einen Haken, nice. Was ist das? Und wir kriegen Kohle. Okay. Hier sollte irgendwas sein. Ein Wimmelbild, nice. Okay, wir müssen wieder was färben. Grün ist Pink. Peak, was ist ein Peak? Achso, ein Peak. Achso, ein Peak. Achso, die Karte. Das Zeichen von der Karte. Okay. Was ist denn ein Zugmesser? Das war ein Zugmesser, okay. Eine Schriftrolle. Wo war ich nur noch eine Kreuzkarte? Okay. Da war es ja nichts noch beschrieben. Und da? Auch nichts. Eine Kurbel. Schrauben. Da. Ein Hobel. Hobel, Hobel, Hobel. Das ist ein Hobel. Sick ein Hobel. Boah. Boah, das sind doch... Nee. Okay, gut. Da haben wir das. Eine Schneeflocke. Boah, denn hier eine Schneeflocke, bitteschön. Das ist eine Schneeflocke, so nah. Okay, ein Kerzenhalter. Was ist man hier alles finden? Das ist ein Kerzenhalter. Oh Gott, ey. Okay. Warte für uns. Schriftrolle, Besen, Hobel und Buch. Schriftrolle. Was ist denn hier? Buch. Das ist Buch. Hobel und ein Besen. Besen haben wir da. Was ist denn hier Hobelmäßiges? Haben wir hier gehobelt? Äh... Bisschen gerade... Das ist doch... Das ist doch ein Hobel. Neckt vor meinen Augen. So, jetzt haben wir drei von vier Schrauben. Nice. Da können wir... Was ist denn hier jetzt noch? Was ist denn hier? Hier soll irgendwas sein, aber ich sehe die ganze Zeit nichts. Ja, nur auch das hier, aber hier kann ich nichts mitnehmen. Komisch. Oh, mein Bildschirm ist dreckig. Seht ihr zum Glück nicht, aber mein Bildschirm ist gerade extrem so wackeln, weil ich ihn gerade sauber mache. Ja gut, dann nehmen wir die Zeitmaschine. Äh... Hier können wir nicht rein, da können wir nicht rein. Hä? Das Spiel sagt mir, benutze die Zeitmaschine, aber warum soll ich denn hin mit meiner Zeitmaschine? Ich will einfach mal hier hin. Mal gucken, wie ist das zu? So... So... Nein, wie soll ich nicht hin... Deine Zeit waren wir schon. Dann gehen wir doch mal in die Zeit. Das war scheinbar auch falsch, dann können wir nur noch in die Zeit hier. Hä? Willst du mich verarschen, Spiel? Ja, hier ist der einzigste Raum und er soll der Raum also das darstellen. Oh, lol. Ah, das ist die andere Schraube. Okay, cool. Dann können wir jetzt hier hingehen und... Schrauben festmachen. Also natürlich müsst ihr auch noch festziehen. War ja klar. Okay. Also hier muss ich mehr als drüber fahren. Das ist ja im Grunde eigentlich ziemlich relativ einfach. Zukunftsänderung, 18, 30, okay. Jetzt können wir hier trotzdem erstmal reingucken, würde ich sagen. Äh... Vier Lampen fehlen. Okay, schön, dass du weißt, wie viele das sind. Ist das denn noch ein Kuffer-Ding? Ne. Eine Zinsscheibe brauchen wir auch natürlich jetzt. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Ja, dann guckst du doch an. Weinpresse, wir könnten Trauben hinein. Okay, wir haben keine Trauben. Okay, könnten wir Wein machen, wie es scheint. Oh, dann kriegen wir noch das Teil. Nice. Wofür wir die immer noch brauchen. Und hier ist auch noch was. Achso, ich muss also Weinreifen lassen, wie es scheint. Okay, gut. So, wir haben hier eine Veränderung. Gehen wir nochmal rein. Schauen. Ach, Mann. So, ja, hier. Lampen ist irgendwas. Und ich meine nicht das Land der Feen und Kobolde. Den wir noch das Ding und reiß es auf. Hm, okay, was ist das? Da war noch eine Flasche am Leuchten. Was ist das jetzt? Flasche Wasser. Nice. Sind wir vielleicht ein bisschen durstig? Können wir hier irgendwas machen? Nehmen wir den Hammer. Macht es kaputt. Auch nicht. Schade. Äh, gut. Können wir hier irgendwas machen? Wir sollen Zeitreisen, okay. Wir sollen hier hin. Was sollen wir hier machen? Ah, wir haben doch nichts, was wir machen können. Ist ja mein Problem. Achso. Achso. Wir können das hier einsetzen. Natürlich. Das würde passen, ne? Ja. Das passt. Das passt. Hier passt das nicht, würde ich sagen. Das passt. Das passt nicht. Hm. Das würde ich sagen, passt. So, okay. Wir müssen verschiedene Sachen finden. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gut aus. Das könnte man... Das könnte man... Das würde fast eigentlich passen, aber... Ich kann nicht, ob das richtig ist. Das sieht gut aus. Bzw. besser. So. Das muss da hin. Okay. Und ab. Und ab. Gut. Passt. Das passt. Das sieht doch ganz okay aus. Das passt nicht ganz. Das sieht auch nicht ganz so gut aus. Nein. Das ist gut. Und ab. Und ab. Und ab. Jopp. Ne. Okay. Ja. Passt. Und wir können hier rein. Uhu. Und jetzt haben wir hier... Natürlich ist es genau das, was wir halt, ne? Brauchten. Ja. Gucken wir erstmal anklicken. Und dann machen wir so. Gut. Wir müssen also wieder Leute sortieren. Könnte da reinpassen. Wunderbar. Da passt da Licht rein. Anzugtyp da. Ne. Auch nicht. Da kommt der Anzugtyp rein. Du könntest... Ne. Genau. Naja. Es passt nicht. Du kannst da rein. Gut. Du kannst da rein. Passt. Ja. Du kannst da rein. Du kommst glaube ich da rein. Du kommst dann wahrscheinlich da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Wie das Knöpfchen und kriegen. Ach so was. Okay. Äh. Hallo Esther. Du schaust das Feuerseal? Es gibt nur einen. Du musst den einen in der Krystal fixen. Wie weiß ich dich? Warum? Ich bin dein Vater. cool. Mit dem magischen Handschuh kann ich nun das Natursiegel aus der Kraft. Okay. Okay. Eine Seite fehlt. Okay. Wir werden jetzt einen Zündbücher bekommen. Den können wir wahrscheinlich einschmelzen und daraus eine Zinsscheibe machen. Okay. So. Was haben wir jetzt hier? Können wir nichts machen. So. Okay. Äh. Jetzt habe ich schon wieder aus dem Scheißbild rausgeklickt. Mann. Das ist nervig. So. So. Hier haben wir jetzt was. Hier kann ich nichts machen. Genau. So. So. Hier kann ich dann vielleicht ein bisschen Wasser rein kippen. Den da entstellen? Den da vorsplitzieren? Auch nicht. Soll ich das Wasser vielleicht reifen lassen? Äh. So. Hier. Ja. Da. Aber was soll ich denn hier machen? Hier kann ich nichts machen. Ach. Das sind Lamm. Hm. Da. Achso. Okay. Äh. Was soll ich denn machen? Ich muss wahrscheinlich alles erleuchten. Oder wie? Kann ich hier noch irgendwas hier machen? So. Was soll das denn gehen? Hä? Achso. Ich habe noch mehrere Lampen. So. So. Wahrscheinlich nur die hier, um das zu erleuchten. Ah, die zählt ja noch. Schade. Da fehlt auch noch einer. Ich mach dich da hin. Ich mach dich hier hin. Du kommst da hin. Du musst da hin. Du musst da bleiben. Wenn ich dich wegnehme, ist das erloschen. So. Oh. Okay. hier glaube ich noch mal die ich nicht gefunden habe die dinger kann ich auch nicht wegschieben wenn ich nicht dahin baller es gibt es nur da so damit so es ist noch denn ich beleuchtet Ja, achso, das ging lol. Oh, okay. Uh, Animation. Ich krieg schon wieder Steuerschelzer. Nice. Äh, ich brauch... Dann nimm hier. Ne, natürlich nicht, schade. Ich krieg schon wieder Steuerschelzer.